Die Zuschauer haben im Internet abgestimmt. Puppenspieler Sascha Grammel erhält den Comedy-Bambi. Der Newcomer wirft damit Cindy aus Marzahn und Olaf Schubert aus dem Rennen. Die Promis auf dem roten Teppich können aber auch noch über ganz andere Sachen lachen. Wer mich zum Lachen bringt, meistens ist es natürlich so situationskomisch. Ich kann leider Gottes darüber lachen, wenn jemand gegen eine Straßenlaterne läuft. Was ich früher auch sehr gerne gemacht habe, wenn ich Leute gegrüßt habe und mich umgedreht, bin ich erstmal sehr gerne auch mal gegen eine Laterne hier ran. Mein Sohn, der ist nicht vorgeschlagen heute Abend, aber ist auch zu Hause heute, aber der ist sehr lustig. Genau die drei, die heute nominiert sind Olaf Schubert, Sascha Grammel und Cindy von Marzahn. Und privat vielleicht auch jemand Besonderes. Privat bringt mich zum Lachen, alles mögliche was schief geht. Ganz viele Leute, ich lache sehr sehr gerne und bin auch leicht zu unterhalten, leicht zum Lachen zu bringen.